Warum geht die Kerze unter dem Glasdeckel aus? Oder wieso wird die Scheibe über der Flamme schmutzig? Im Umweltprojekt der Stadtwerke Pirna werden den Kindern anschaulich die alltäglichen Belastungen an unserer Umwelt erklärt. Auch Tadeus ist bei den Versuchen eifrig mit dabei. Die richtige Lehre aus dieser Übung ist schnell gezogen. Thema Umweltverschmutzung, was man da aufpassen muss, wegen Schadstoffen gibt sich einen Gasenzuffall. Schulprojekte gibt es bei den Stadtwerken Pirna bereits seit vielen Jahren. Mal kommen die Schüler ins Unternehmen, mal schauen die Stadtwerke-Mitarbeiter direkt im Klassenzimmer vorbei. Das Thema Umwelt ist dabei ein recht junges Projekt. Aufwendig wurde das Programm zusammengestellt, Ideen und Inhalte mit den Lehrern abgestimmt. Da ist schon eine gewisse Vorarbeit notwendig. Man muss sich ja mit dem Lehrplan befassen und eigentlich überhaupt die ganze Sache dann kindgerecht aufbereiten. Und ich denke mal, ein halbes Jahr haben wir schon gebraucht, um die ganzen Fakten zusammenzutragen und dann so zuzuschneiden, dass man sagen kann, so kann man es den Kindern rüberbringen. Wir möchten ja auch eigentlich nicht nur jetzt diesen Frontalunterricht durchführen, sondern wir möchten den Kindern schon auch ein bisschen mit Spiel und Spaß da einige wichtige Sachen vermitteln. Im Schulprojekt Umwelt soll den Kindern das Bewusstsein für ihre Umgebung näher gebracht werden. Die verschiedenen Energiearten spielen dabei ebenso eine Rolle wie das heimische Trink- und Abwassernetz. Die Kinder der 4b erkennen schnell, wie wichtig es ist, sorgsam mit der eigenen Umwelt umzugehen. Man sollte so ein Gesetz erfinden, dass man seinen München einfach umwerfen darf. Genauso, wenn wir in den Wald gehen, da gucken wir immer, ob der Müll rumliegt. Und das räumen wir dann eben weg. Also ich lasse nicht immer das Licht an. Also ich tu den Müll nicht immer wegwerfen. Ich tu, wenn, dann immer einen Mülleimer oder einen Rucksack aufweisen. Ja, und ich werfe einfach irgendwie Sachen, die mir nicht melken, den Mülleimer und behalse es dann lieber und esse dann zu Hause, ich gebe es dem Papa oder so. Rund 500 Schüler hatten bisher das Umweltprojekt der Stadtwerke Pirna genutzt. Es bereichert den Unterricht und schafft Abwechslung im Schulalltag. Es ist von Schule zu Schule unterschiedlich, die Reaktion der Kinder. Man hat Schulen, wo man das Gefühl hat, die wissen alles, die können alle Fragen beantworten und die arbeiten eigentlich zum Projekt, die arbeiten nur zu. Dann hat man wieder andere Schulen, wo man sagt, ja, die hören das jetzt zum ersten Mal. Also das ist wahrscheinlich auch je nachdem vom Zeitpunkt her, wann eben das Projekt stattfindet, ob die Kinder das jetzt im Unterricht schon hatten oder nie. Aber ich denke mal, es ist eine interessante Sache. Die Resonanz der Lehrer ist so, dass sie sagen, es ist gut, wenn mal jemand anderes vor der Klasse steht, mal diese Themen rüberbringt. Und wir versuchen ja auch mit unseren, will man sagen, Wettspielen und mit unseren Sachen, die wir so einflechten, die Kinder da auch ein bisschen, ja, aktiv mitgestalten zu lassen. Lebendig und unterhaltsam hat die Klasse 4b der Evangelischen Grundschule das Umweltprojekt erlebt. Für Thaddeus ist die Sache jetzt klar. Er weiß genau, auf was wir alle in Zukunft achten sollten. Also man muss achten, dass das Wasser sauber bleibt, dass die Luft sauber bleibt und dass die Erde sauber bleibt. Das Umweltprojekt der Stadtwerke Pirna wird es auch im nächsten Schuljahr geben. Neben den Grundschulen soll das Angebot dann auf die Förderschulen erweitert werden.